Ja, ich habe es doch ins Hirn geschissen, oder? Die ganze Corona-Sache darf man nicht so negativ sehen, wie es einige darstellen. Ich finde, sie hat auch ein paar positive Aspekte. Also Leute bekommen neue Beschäftigungen, an die wir nicht gedacht hätten. Auch der Wahnsinn hat eine ganz neue Möglichkeit gefunden, sich auszubreiten. Und beim Thema Wahnsinn seid ihr natürlich hier wirklich richtig. Fangen wir mal mit den Nachbarn an, die jetzt neue Ideen für ihre Beschäftigung haben. Ihr kennt, ich weiß nicht, gibt es das bei euch noch? Also ich kenne das noch so aus meiner Jugend. Da gibt es immer so die, sorry, Weiber, die ist am Fensterbrett so. Und dann, wie hieß ein Struttmann, Struttmann hieß die, glaube ich. Da gab es mal so ein Sketch mal. Die hocken so am Fensterbrett oder haben sie so aufgestützt. Die wissen alles. Also alles. Die sehen alles, die wissen alles. Das sind die, die nachts um drei sehen, dass bei euch jemand zu lange auf eure Hausnummer gestartet hat. Und vielleicht, wenn am nächsten Tag ein Einbruch war, das auch wirklich gesehen haben. Also das ist jetzt nicht immer negativ. Alles Wissen hat manchmal Vorteile. Aber denen ist halt vielleicht auch mal langweilig. Und jetzt ist es natürlich schon wichtig, dass für die Volksgesundheit auch die Regeln eingehalten werden. Und ich denke mal, die sind die ersten, die jetzt sich nach täglichen Updates natürlich, was gerade erlaubt ist. Weil ich bin manchmal bei den Abständen und den Anzahl der eingeladenen Personen, die man in seinem Haushalt gleichzeitig beherbergen darf. Je nach Bundesland bin ich ein bisschen unsicher. Aber ich denke, solche Nachbarn wissen das. Und ich glaube auch, dass deswegen die ganzen Webcams ausverkauft sind wegen Videobeweis. Und damit ist auch später. Das muss stichfest sein. Nein, das ist blöd. Da ist es ja wahrscheinlich wurscht. Aber bis zu 1,2 N Besuche, Besucher dürfen dann vielleicht, hängt vielleicht noch ein bisschen vom Wind ab bei einer Gartenparty. Auch dazu kommen wir später. Da noch vorhanden sein. Also ich würde schon sagen, Videobeweis ist wichtig. Vielleicht sollten wir mal gucken, wahrscheinlich sind auch die Teleskope inzwischen schon ausverkauft. Weil so in Großstädten, wo man so in den Nachbarshochhäuser gucken kann, da ist es vielleicht noch ein ganz neues Betätigungsfeld. Weil ich behaupte ja eh, dass viele von diesen Autotracking-Teleskopen eher auf der Waage rechten, mehr oder weniger, tracken. Aber das ist jetzt ein anderes Ding. Und ich würde, ich weiß nicht, ob es passiert, aber ihr wisst selber, bläde Begabungshaus vorauszusagen, würde man sagen, diese ganzen Abentwicklungen, die werden auch einen richtigen Leistungsschub oder einen Schub an neuen Innovationen erhalten. Weil vom Fußball lernen, würde ich mal sagen, ist so da das Motto. Im Fußball gibt es ja auch das, jetzt rede ich von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, mache ich aber die ganze Zeit. Man kann ja schon mit Videobeweis alles Mögliche nachweisen. Da gibt es Tracking-Methoden, allerdings Stereokamera, mehrere Sichtweisen und so weiter. Also ich finde, da muss noch aufgerüstet werden, dass die Nachbarschaft richtig gut getrackt werden kann, damit man auch die Abstände, immer so dynamisch, ich stelle mir das dann so vor, dass das im Nachbarschafts-TV dann so Abstände, so Abstandseinblendungen gibt. So, da wird dann gelb oder rot, also unter zwei Meter hoch, Alarm. Und dann wird auch gleich die Polizei benachrichtigt, die dann vielleicht per Drohne, diesen Video-Nachweis bestätigt und dann gleich den Strafzettel runterwirft, weil Sicherheitsabstand, da kommt dann so ein Zettel runter, das ist jetzt wie bei Demolition-Menge. Okay, und dann kann man vielleicht noch den Widerspruchsknopf drücken oder ich weiß nicht, ob man per Drohne auch vielleicht gar festgenommen werden kann. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wir müssen das alles ein bisschen weiterdenken und insgesamt auch dieses ganze Business erweitern. Wenn schon andere Businesses sterben, die Friseure sind schon gestorben, weil es haben nicht alle Leute eine Frisur, die mit dem Langhaerschneider dann nachher noch korrigieren kann. Ich komme vom Thema ab, aber das wisst ihr ja. In Bayern hat man neue Ideen gefunden. Man sollte einfach die Leute so ein bisschen im Unklaren lassen, weil das erhöht die Spannung. Da gibt es dann so Regelungen, die lesen sich. Ich finde, es ist schön, solche Sachen zu lesen. Ich habe da ein neues Hobby auch gefunden. Auch für mich ist das eine Beschäftigung. Also ich zitiere jetzt, diese Links, ich blende das immer ein, wo ihr diese Links, diesen Spaß an Unterhaltung finden könnt. Also unten diese Einbrennung, ihr versteht das. Vor die Tür dürfen Bayern auch, auch, um an frische Luft und Licht zu kommen. Hui, der Plusfenster aufmachen und Rollläden hochziehen. Das ist schon gut. Allerdings nur allein oder gemeinsam mit jemandem aus dem selben Haushalt. Ein Treffen mit Freunden ist verboten. Ist mir wurscht, ich habe keine Freunde. Selbst wenn Abstand gehalten wird. Okay. Draußen muss man zudem der Gesundheit und der Gesellschaft zuliebe in Bewegung bleiben. Ja. Picknick ist verboten. Längere Pausen auf der Parkbank zumindest unerwünscht. Und das ist jetzt wieder der interessante Punkt. Einige von euch werden jetzt vermissen, dass ich zwischen keinen Kaffee trunken habe. Moment, das holen wir jetzt nach. Es gab da einen Tweet von der Polizei, den man so zumindest verstehen konnte, dass ein Buch lesen auf einer Parkbank super verboten ist. Und das führte dann ein bisschen zu dieser Parkbank-Affäre. Ich stelle mir das jetzt mal gerade vor. Also ich sitze zu Hause auf dem Balkon. Das ist okay. Selbst wenn der Nachbarbalkon jetzt auch weit weg ist. Auf dem Park auf der Bank sitzen. Buch lesen. Also ich lese ja keine Bücher, aber elektronische Bücher vielleicht. Weil die Polizei hat ein bisschen zu viel Sandbank geantwortet. Interessant, wie viele Leute sich jetzt Bücher lesend auf die Parkbank setzen wollen. Es wurde dann zum Glück, um diese Krise in den Griff zu kriegen, korrigiert. Nein, ein Buch auf der Parkbank lesen ist erlaubt. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn sich jemand im Rahmen seines Spaziergangs allein mit der Familie oder sonstigen Angehörigen seines Hausstandes zwischendurch auf eine Parkbank in die Sonne setzt, teilt der Minister Joachim Herrmann CSU am Mittwoch mit. Es spielt für das Infektionsrisiko auch keinerlei Rolle, ob jemand dabei ein Buch oder eine Zeitung liest oder etwa ein Eis isst. Das mit dem Eis finde ich eine Erweiterung. Die ist süffisant witzig, weil vielleicht hat der Herr Joachim Herrmann nicht mitgekriegt, dass die meisten alle Eisdienen geschlossen sind. Aber man könnte sie vielleicht beim Einzelhändler kaufen, das Eis. Und hat schnell genug zur Parkbank drin, bevor es geschmolzen ist. Wobei bei der Kälte, die manche von diesen Herren ausstrahlen, vielleicht braucht er das nicht, dass er... Das wird jetzt zu weit. Die nächste Gesetzeslücke, die haben sie im Prinzip auch selber schon erklärt. Hundehalter dürfen unterwegs sein, denn die Hunde müssen ausgeführt werden. Aber auf dem Auslaufplatz stehen dürfen sie streng genommen nicht. Schon gar nicht zusammen. Also die meinen jetzt wahrscheinlich verschiedene Hundehalter, nicht? Weil Hund und Halter müssen schon ein bisschen zusammen. Also ich weiß nicht, wie lang eure Leinen jeweils sind. Es gibt da so gewisse Fetische, wo die Leute sich dann als Hund... Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das dazu gilt, wenn sich jemand als Hund behandeln lässt. Wäre vielleicht mal interessant, sowas nachzufragen. Die wichtigen Fragen werden in der normalen Presse ja nie gestellt. Wo war man? Eigentlich müssten die hier unentwegt im Kreis gehen. Immerhin kann der Tagesspiegel festhalten, eine Mutter darf ihr Baby zu Ende stillen. Und auch für die Polizisten gibt es eine neue Art der Betätigung, mit dem Zollstock nachzumessen, ob Leute den Abstand von 1,50 Meter bis 2 auch einhalten. Finde ich spannend. Ich würde auf Laserentfernungsmesser umrüsten. Auch hier vielleicht diese 3D-Ansicht, da müsste man das doch rauskalibrieren können. Vor allem, wir sind mit dabei dem Nachbarschaftsding. Man könnte ja durch das Gesichtstracking zurückführen auf die Ausweisdatenbank, die ja die Körpergröße enthält. Aufgrund der Körpergröße könnte man eigentlich die Videoaufnahmen kalibrieren und dann auch auf den Abstand zurückschließen. Warum denkt eigentlich hier keiner bis zu Ende? Ich finde, hier sind Fehler gemacht worden. Einfach Lücken, die ein Deutscher eigentlich nicht tolerieren kann. Deutsche Gesetze und deutsche Durchführungen können doch nicht so schlammerig sein, Leute. Also bitte. Jetzt muss ich mal kurz ernst werden, weil es gab eine Untersuchung, sagen wir Simulation, die den Eindruck erwecken konnte, dass man hinter Joggern und Radfahrern 10 Meter Abstand halten muss. Da ging es dann darum, wie diese infektionsen Teilchen, ich mache jetzt eine Bewegung, die nur mäßig Sinn macht, nur wenn man diesen Artikel kennt, dass die auch eher sich weiter verteilen. Das ist eigentlich logisch. Man zieht im Prinzip eine Wirbelschleppe, würde man bei der Aeronautik sagen, hinter sich her. Was wir natürlich nicht gesagt haben, ist, hier kommt es auch wieder auf den Wind an. Wenn man sich nach dieser Regel halten würde, dann müsste man auch permanent immer den Wind kontrollieren. Nicht das Animometer, vielleicht geht die Windgeschwindigkeit sicher auch ein, aber die Windrichtung. Also beim Spazierengehen müsste man dann immer so ein Bambel mit sich halten, bei sich halten. Und auch hier würde ich wieder eine Up vorschlagen, die dann nach Windgeschwindigkeit und Windrichtung, die er immer sagt, wie der momentaner Schutzkreis ist. Und da wären wir auch wieder bei diesen Handy-Ups. Die habe ich jetzt zwar nicht auf der Liste, aber ich bin manchmal zu schnell in meiner Denkung, in meiner Denkerei, dass dann der Jogger, der entgegenkommt, der über Bluetooth schon so ein Beacon ausstrahlt und dann automatisch, wenn der Wind falsch kommt und ihr auf der anderen Seite seid, dann kriegt er dann so eine Warnung, so mäh, 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 mäh. Du darfst hier nicht rein. Er muss dann einen Umweg machen oder ihr. Ihr dürft, das ist wie dieses M-Cat, na, das ist nicht M-Cat, wie heißt T-Cat, T-Cat ist es bei den Flugzeugen, wo dann der eine sagt, wenn sie auf Kollisionskurs sind, pull up, pull down. Dann kriegt der Jogger, run right, run right. Oder der andere Spaziergänger auch. Also damit sie ihren Mindestabstand je nach Windrichtung und Geschwindigkeit einhalten können. Und jetzt denkt sie natürlich, was rätst du denn für einen Scheiß? Ich habe hier schon Sachen gesagt, die später Realität wurden. Nur so. Vergesst das alles wieder mit der Abwehr. Das ist ja gar nicht so, weil wenn man es dann genau nachliest, ist es bloß eine Simulation, die nicht Infektiosität, Infektiosität, das klingt so unseriös, Infektiosität, einkalkuliert hat. Und möglicherweise muss man doch nicht 10 Meter Abstand halten. Es wurde halt mal geschwind veröffentlicht und einige haben sich gleich darauf gestürzt, aber ihr wisst ja, wie das heutzutage ist. Heute ist halt schnell veröffentlichen. Wichtig. Und wahrscheinlich ist es gar nicht so, dass wir eine 10 Meter Wirbelschleppe hinter euch herzieht. Aber, also diese Ab mit dem Wind und so weiter und den Blue, also ich finde, das ist eine super Idee. Das sollte man gleich reinmachen in diese andere App, die euch warnt, wenn ihr, ihr wisst schon, die jetzt so groß in der Diskussion ist. Finde ich eine gute Sache. Bei Demonstrationen, da wird die Welt auch ein bisschen einfach, weil Hauptsache vielleicht früher überlegt, Mensch, jetzt geht es unter die Demonstrationen oder nicht, das wäre echt schon so mein Thema, aber demonstrieren, das ist so viel Arbeit. Demonstrationen sind böse, weil, doch die Veranstalter enthielten nach zweihöriger Verhandlung mit der Versammlungsbehörde eine Absage mit der Begründung, dass grundsätzlich jede Menschenansammlung ein Infektionsrisiko darstellt. Also komischerweise sind die Abstände jetzt wieder egal. Und dann werdet ihr sagen, ja gut, auf Nummer sicher gehen ist vielleicht nicht schlecht. Okay, ich verstehe den Gedankengang ein bisschen, aber jetzt wäre die Frage, okay, jede Versammlung ist ein Risiko, egal wie man es macht, mit Abständen bla bla bla, öffentlicher Nahverkehr ist dann keine Versammlung, äh, Leitkonsistenz. Konsistenz ist wichtig. Auch wenn man blödsinnige Gesetze oder Regelungen erlässt oder in der Durchführung schlampig ist. Man kann sowas ja auch noch korrigieren. Man kann ja immer noch sagen, wow, da haben wir uns jetzt Verdacht. Im Supermarkt kann man neue Hobbys entwickeln, weil wenn man diese 1,5 bis 2 Meter Abstand einhalten möchte und ihr kennt ja diese netten Menschen, die unentschlossen vom Kühlregal stehen und dann ewig, entweder habe ich auch schon erlebt, in diesen auf billig gemachten, weil sie schon kurz vorm Ablaufen sind, rumsortieren oder sich nicht entscheiden können, ob sie den Käse A, B oder C nehmen wollen. Ist ja auch okay, da müssen alle manchmal ein bisschen schwer entschlossen. Aber die blockieren ja ein Kreis mit 2 Meter um sich rum. Und je nachdem, wie die Gänge gemacht sind, ist das eigentlich eine Stehblockade. Also ich wollte schon mal, ich war schon mal kurz davor, jemanden anzusprechen und sagen, Entschuldigung, bist du einer von denen, die Angst haben davor, wenn ich jetzt hinter dir nach dem Joghurt greife oder könntest du mal bitte zwei Meter nach rechts gehen, damit ich jetzt nicht noch 5 Minuten warten muss, bis ich mir das Joghurt hier aus dem Regal nehmen kann. Ah, leid. Also irgendwo, vielleicht sollte man auch, ich weiß nicht, das irgendwie signalisieren. Achso, das war jetzt das mit den Masken. Damit signalisiert man ja, dass man es ernst nimmt. Finde ich jetzt auch, ich kann es noch nicht angewöhnen, aber es ist ja jetzt nicht per se blödsinnig. Ich finde es nur interessant, wie wir von einem Vermummungsverbot zur Maskenpflicht langsam rüberwandern. Und meine Frage ist jetzt, wie viel Maske ist okay? Also, ja, FFP1, FFP2, das ist alles zu kurz gedacht. Das ist alles okay. Ihr könnt mit den Masken überall reinrennen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ihr in eine Bank rennt damit. Die Banken haben geschlossen. Das ist alles gut ausgedacht. Aber ich finde, man sollte bis zum Ende denken, ich finde diese alten Bundeswehrgasmasken, die haben doch schon wieder was Stylishes. Und so mit dem richtig guten Kohlefilter, also noch habe ich keinen gesehen mit sowas. Ich habe auch so eine Maske, die zum Lackieren, die man zum Lackieren verwenden kann. Die hat dann so links und rechts, zwei so, sieht nicht so schlimm aus wie diese Bundeswehrmaske. Ich weiß nicht, wie sozial akzeptiert das ist. Ich wette mit euch, man wird blät angeschaut, mit der normalen FFP und so weiter. Da wird man heutzutage, man wird ja, in Bayern wird man komisch angeschaut, wenn man ohne. Aber wo ist die Grenze? Wo ist die Maskentoleranz? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte mal einer aus Spaß noch eine Taucherbrille aufsetzen und oben an, wäre doch eigentlich, wäre eigentlich völlig okay, oben auf diesem Schnorchelding jetzt dann da sein Filtern, so do it yourself. Was soll, macht keine Witze über sowas, das ist total ernst. Eigentlich wäre diese Tauchermaske gar nicht so dumm, weil die mit diesem Schnorchel, da würden ja dann diese, wenn man hustet, weil man sich eh mordsmäßig verschlucken, aber dann würde das ja nach oben dann abgelassen. Ja, ich habe manchmal komische Ideen. Die neue App, die neue App finde ich, das habe ich ja schon vorher ein bisschen angedeutet, ja, ist eine ganz gute Idee, man kann dann mehr oder weniger, das kann man kryptologisch sich alles so überlegen, wie man das macht, dass keine Persönlichkeitsdaten rauskommen, also ihr werdet dann halt gewarnt, wenn ihr in der Nähe von einem, ich hätte bei einem Bedenkenträger gesagt, einem Corona-Träger wart und die alte Diskussion ist, aber wenn ich jetzt mit einer Lexiklasche dazwischen getrennt wurde und so weiter, aber da eigentlich gar keine Gefahr besteht, werde ich ja umsonst gewarnt, ja nicht umsonst, sondern vergebens. Da kann man jetzt viel diskutieren, man kann sagen, better safe than sorry und so weiter. Ich würde auf jeden Fall diese Apps dann erweitern und diese Option sollte man eigentlich schon einbauen. Also ich habe da zwei Ideen, das weiterzutreiben. Erstens einmal, was ich vorher schon bei dieser Nachbarschaftssache mit dieser Idee hatte, das würde ich auch weiter schreiben, dass die das selber machen, weil da brauchen wir auch diese komischen Nachbarn nicht mehr, sondern über diese Bluetooth-Beacon, das sind diese Verwandtschaftsverhältnisse einprogrammiert, welche im selben Haushalt leben, muss ich damit das gleiche sein, ich komme wieder viel zu weit, also dass die App des Selbst feststellt, oh hier ist was Illegales am passieren, auch da automatische Meldung, Selbstanzeige und Strafzettel, Kreditkarte und Punkte in Frenzburg, na das war es was anderes. Also soweit sollte man das machen und auch dann schon mal gleich die nächste Stufe, alle die infiziert sind, melden das ja natürlich und alle die dann später immun sind, die kriegen dann diesen Freifahrtcode auf die abgespielt, das ist dann im Prinzip der Passierschein A38 oder eben der Multipass, also du darfst überall hin, weil du bist durch damit. Ne, das ist jetzt nicht irgendwie rassistisch oder so, da muss man ein neues Wort finden, ich weiß nicht, wie nennt man das, wenn man Leute aufgrund ihrer Krankheitshistorie anders dann einordnet. Da gibt es dann wahrscheinlich irgendwelche Schilder, ich muss mal Symbole finden, also hier dürfen nur Leute rein, also in diese Bar dürfen nur Leute, die das, oder in Bar insgesamt, nur Leute, die irgendwie, vielleicht ein Badge, den Leuten noch umhängen, irgendwas was blinkt oder sowas, irgendwas, was dann mit der, ne, ne, dann kriegt man so ein QR-Code von der total sicheren Bundesregierungs-App und dann darf man halt überall rein. Und dann wird es wahrscheinlich dann wirklich diese Corona-Paths gehen, bitte steckt mich an, bitte steckt mich an, ich möchte wieder Bier trinken, gehe und Fußball schauen. Achso, Fußball läuft eh, nein, das ist ja bläht. Die Frage wäre dann, ob die Uninfizierten die neuen Aussätzigen sind, da ist es interessant, wie sich die Welt dann einmal im Kreis herumdreht. Ich finde es aber gut, endlich bewegen sich Institutionen, von denen man es früher nie erwartet hätte, die Kirche. Es ist ja schon drollig, wenn der Papst sein Urubi oder Urubi den Ostersägen auf einem leeren Petersplatz macht. Aber hier setzt jetzt bei mir, Moment, ich muss ein bisschen, ein Verständnisproblem ein. Also die Kirche sagt selbst, also wir reden jetzt mal von der, ich war mal der katholischen Kirche zugehörig, deswegen kann ich da ein kleines bisschen mitreden. Die sagen jetzt von diesem, die sind ein bisschen weggegangen, von diesem wöchentlichen, täglichen, um Gottes Willen, Sonntags-Gottesdienstbesuchspflicht, sind sie jetzt weggegangen. Das Ganze geht jetzt remote. Also man muss da nicht mehr hingehen, weil die Gefahr der Ansteckung besteht. Selbst der Papst, und das ist ja der oberste, also der, also über den Papst, also jetzt hätte ich beinahe gesagt, also da ist eigentlich bloß nur Gott, ne, viel leichter Söder, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie wir jetzt gehen, aber es ist ja auch ein anderes Land, da ist da noch nicht ganz zuständig. Der sagt, ihr könnt euch anstecken, wenn ein Gottesdienst geht. Hat das mal jemand bis zu Ende gedacht? Die Kirche sagt, dass ein Gott, der unendliche Macht hat, also im Prinzip über alles, auf jeden Fall mal Bescheid weiß, der hat auch kein Update geschickt seitdem, dass der, vorher war es ihm wichtig, dass man jede Woche ihn anbetet, und jetzt könnte es sein, dass er uns vielleicht eine Plage geschickt oder zugelassen hat, die es verhindert, dass man zum Gottesdienst geht. Man könnte sich ja anstecken da, also er schützt euch jetzt nicht, wenn er zum Gottesdienst geht, das habe ich jetzt nicht gehört. Hallo, fällt irgendjemand dieser Denkfehler auf? Oder, das ist vielleicht gar nicht so falsch, vielleicht mache ich jetzt einen Denkfehler, vielleicht ist das das Aussieben so. Ihr müsst diese Botschaft interpretieren, ihr müsst den wahren Kern erfassen. Und wenn ihr denkt, dass der wahre Kern ist, dass er jede Woche dahin rennt, dann könnte es sein, dass ihr euch infiziert, dann habt ihr die Botschaft nicht verstanden. Das ist jetzt nur eine Theorie von mir, und ich möchte das nicht auf alle Regionen ausbreiten, weil ich kenne sie nicht alle in ihrer Botschaft, weil sonst kommen ja wieder die bösen E-Mails. Vielleicht ist es das Aussortieren von den Leuten, die es einfach zu wörtlich nehmen oder nicht verstanden haben. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Gerichtsschreiber streichen sie diese Äußerungen wieder. Oder ist die Seuche die große Erlösung? Für die Paar, für die Auserwählten. Vielleicht ist das mit den Auserwählten ganz andersrum gedacht. Ich weiß es nicht. Witzig finde ich dann diesen virtuellen Ostermarsch. Also ein virtueller Ostermarsch. Das ist wie virtuelle Demonstrationen oder so. Da kann man sich in den Livestream, konnte man sich dann da einklicken. Leute, das wird immer praktischer. Früher mussten wir beim Ostermarsch, da mussten wir ja Kinder, am Klo, was sind wir biseln? Weil wir müssen jetzt zum Ostermarsch. Da könnt ihr jetzt noch mal, das scheint zwei Stunden. Ich kenne mir jetzt nicht gerne aus, wie es lang so ein handelsüblicher Ostermarsch geht. Nein, ich mag nicht. Ich habe sowas gescheitzt. So zum Zügen, so gehe ich mit dir nicht zum Ostermarsch. Das ist alles weg. Ihr klickt euch da irgendwie, naja, vor allem Smart TV, dann die Mama, die bügelt die Wäsche. Ich glaube, das ist, obwohl an Ostern darf man glaube ich kein Wäschbügeln. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Ich weiß nicht, was man da alles machen kann. Aber vielleicht darf man Oostereier anmalen an Ostermarsch. Da ist es schon spät, gell? Also keine Ahnung. Man kann alles, wenn ich staubsaugen darf man auch nicht. Also ich weiß nicht, was man alles in so einem christlichen Haushalt daneben hier machen darf. Aber man kann jetzt ein bisschen Zeit souverän machen. Also wenigstens kann man zwischen dem Abiseln gehen, Hundgasse führen, weil das ist ja bloßer Kurzer. Ihr versteht, was ich, also das mit dem kurzen müssen wir es lassen. Die Kirche hat verstanden, dass die Leute ein bisschen, ja wie Zeit souveräner sind oder sein möchten. Deswegen auch der virtuelle Gottesdienst, den man dann, oh jetzt haben wir ein bisschen vorausgegriffen, besuchen kann, wenn man gesündigt hat. Weil der Papst hat ja Corona-Infizierten ihre Sünden erlassen. Aber die Gläubigen, die an Corona erkrankt sind, sollen verziehen werden, wenn sie zuvor einige Bedingungen erfüllten. Nach Angabe des Vatikanen müssen sie unter anderem weiter an Gottesdiensten teilnehmen. Aber nur online. Das mit dem Beichter-Roboter war ja ein Witz. Und ich komme jetzt wieder zur der Gentles-Holastische der Dirk Teil und dem elektrischen Mönch. Es gibt dann vielleicht so einen Proxy-Mönch, der für dich, für deine Sünden online dann die Gottesdienste besucht. In der Realität ein Roboter, ein Gottesdienst steckt, das wäre ja Schwachsinn. Aber ein Roboter, der diese Online-Streams, des Gottesdienstes anguckt, das ist doch eine richtige Lösung. Man muss einfach mit der Zeit gehen. Unerwartet mit der Zeit gegangen ist die Kirche ja auch, dass es jetzt Autokino-Kirchen-Vorstellungen gibt. Also ich hätte nicht erwartet, dass das Autokino wiederkommt, aber Autokino, also er versteht, was ich meine, das ist die neue Art des Gottesdienstes mit dem Heiligen Blechle ins Autokino und dann vielleicht, da könnte man noch einiges andere dann plötzlich machen, aber das wäre dann, oh jetzt, meine Gedanken sind jetzt ein bisschen mit mir durchgelaufen. Ich müsste mich jetzt züchtigen, weil ich unzüchtige Gedanken habe. Vielleicht kommt auch irgendwann die Online-Beichte, da gibt es schon unter www.beichte.de, gibt es schon sowas, das ist aber, soweit ich es verstanden habe, nicht von der Kirche abgesegnet. Ich fand die Seite auch super creepy, die ist, also irgendwo zwischen, meint ihr das ernst? Oder ist das ein Joke? Also irgendwo da oszillierte da für mich, aber soweit ich es verstanden habe, ist die von jemand anders gemacht worden. Ich glaube aber, so eine Seite zu machen, die hat was, weil es gibt genügend Deppen, die ihre Sünden da reinschreiben und auch hier würde ich einfach einen Bot programmieren, KI, der dann automatisch zur Selbstanzeige bei bestimmten Dingen, die halt ein bisschen arg weit weg vom Schuss sind. Ihr wisst schon, was ich meine. Vor allem, naja, die Kirche hatte eine gewisse Historie an Dingen, über die wir eigentlich überhaupt nicht reden möchten. Also da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass so eine Online-Beichte mit Online-Verhaftung doch eine schnelle Lösung wären. Wollten die nicht mal mit einer schnellen Aufklärung? Also ihr versteht, ich möchte, ich rede jetzt mit Absicht ein bisschen für in the Blanks. Insgesamt ist es wichtig in solchen Zeiten, dass Ordnung einzieht und deswegen hilft sie auch so ein bisschen in diesen Entwurf dieses solchen Gesetzes reinzugucken. also die Bundesregierung kann dann Verordnungen erlassen, die die Grundversorgung mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln, bla bla bla, Ressourcen im Gesundheitswesen und so weiter betreffen, bla bla. Interessant ist aber, was ist der Trigger dafür für dieses Notstands- äh, solchen Gesetzes, wie heißt das Gesetz eigentlich? Gesetz zur Verordnung zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. pdf Voraussetzung dafür ist, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite liegt vor, wenn die Bundesregierung eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland festgestellt hat, weil, das war jetzt bis jetzt noch nichts, die, ich paraphrasiere, WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen, übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland droht. Okay, wenn die WHO sagt, es wird gefährlich, mhm, oder, die dynamische Ausbreitung einer bedrohlich übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht. Das klingt so ein bisschen gummihaft, ne? Da könnte man auf Ideen kommen, wo eine bedrohlich übertragbare Krankheit oft hatten wir das schon. Äh, Schweinegrippe, SARS, MERS, was weiß ich, Kindergrippe, nein, das ist was anderes. Ach, diese Gummiartigkeit stört mich ein bisschen, aber ist wahrscheinlich nachher Spaß für Richter und für diejenigen, die es durchsetzen müssen. Telearbeiter, das heißt jetzt nicht mehr Telearbeiter, aber früher ist es mal, Telearbeit ist möglich. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass die ganzen, dass diese Katastrophe über uns reingebrochen ist, in einer Zeit, in der Videokonferenzen möglich war, sind so einigermaßen. So vor zehn Jahren, da war es noch nicht die Zeit der ISDN, aber vor gut 15, 20 Jahren, da hätten wir über 64 Kilo bei DSDN-Leitung da, Home Shopping, hätte ich beinahe gesagt, ne? Home Office, also Telearbeit macht. Oder ist es vielleicht so, dass sich die Seuche gerade jetzt verbreitet, weil wir so vernetzt sind auf jeder Ebene? Das ist echt mal eine interessante Frage bei aller Blödelei. Es ist genau jetzt diese Zeit, wo alles möglich ist. Vor fünf Jahren wäre es vielleicht auch schon möglich gewesen, aber selbst da gab es noch kein Vectoring und was bei sich, da hat ich glaube, eine 5 Megabit-Leitung, da wird es schon knapp, also nicht mit dem Downstream, sondern mit dem Upstream, weil ich glaube, 168, 192 Kilo Bits, das sind ja Standbilder und ja, du brauchst euch nicht sehen beim Konferieren, ja, aber Screensharing ist manchmal auch geschickt. Bisschen unwitzig ist, dass die Leute jetzt Angst davor haben, in die Notaufnahme zu gehen und es wahrscheinlich zu mehr Toten kommen könnte, weil die Leute mit so halbschadigen Symptomen Angst haben, im Zweifel den Notarzt zu rufen. Diese Statistik vermisse ich auch öffentlich. Gibt es denn eine von Leuten, die nicht hätten sterben müssen, weil sie Angst davor hatten, ihr versteht, was ich meine? Gut, kommen wir wieder zu etwas Positiveren. Die Mafia kümmert sich jetzt endlich mal, weil während in Italien der Staat noch über Nothilfen diskutiert, bietet die Mafia verzweifelten Unternehmern und Bürgern als eine Art Sozialhilfe sich an. Damit ist sie in vielen Regionen auf dem Vormarsch. Die Unternehmen im Gastronomie oder Tourismusbereich beispielsweise könnten, wenn ihnen nicht schnell genug von staatlicher Seite geholfen wird, der Versuchung erliegen, Geld von der Mafia zu nehmen, in Hoffnung, dass sie das irgendwann geregelt bekommen. Am meisten bleibt es eine Illusion, das Geld zurückzuzahlen und sich dann vom unbequemen Partner befreien zu können. Das ist schnelle Reaktion. Nicht dieses Ihr braucht ein Formular oder eine Telefonnummer, wo keiner erreichbar ist. Die Mafia hat es einfach verstanden, schnell, zeitnah und unbiokratisch zu reagieren. Das Blöde ist halt, dass sie auch zeitnah und unbürokratisch reagieren, wenn du deinen Kredit nicht zurückzahlst. Saublöd. Ich hatte es ja vorher schon, dass die neue Herausforderung eben im Interpretieren von Gesetzen besteht und das halt auch zwischen den Bundesländern unterschiedlich sein muss. Weil sonst ist es für die Leute zu einfach und in diesen Zeiten, wo sie eigentlich nichts zu tun haben, sollen sie doch wenigstens sich mit den Regelungen auseinandersetzen. Schleswig-Holstein wird weiter kontrollieren, ob die bestehenden Restriktionen eingehalten werden. Wenn ein Einzelner beim Spaziergang oder zwei Menschen mit dem Rad die Landesgrenze überschreiten, sei das aber kein Anlass für einen Polizeieinsatz, wurde am Dienstag noch einmal betont. Wohl aber, wenn es eine ganze Gruppe macht. Ich weiß jetzt nicht, wo die Gruppe anfängt und ob die dann gleich mit der mobilen Einsatztruppe dann den Leuten hinterher rennen und sie alle einkascheln. Das ist so ein Punkt, da bin ich noch ein bisschen unsicher, was ich davon halten soll. Weil es ist schon gut, dass die Leute beschäftigt sind und sich auch überlegen, wo jetzt die Landesgrenze ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Kurs in Geografie und dass sie natürlich auch verstehen, dass da die solchen Gesetze anders sind und sich auch der Virus natürlich daran hält, dass die Landesgrenzen wichtig sind. Aber es ist vielleicht ein bisschen viel, wenn die Leute schon unterscheiden müssen, in welchem Land gerade Baumärkte geöffnet sind, wenn sie im Grenzgebiet wohnen, dass sie wissen, okay, in Bayern gibt es keine Baumärkte, die offen sind. In Baden-Württemberg gibt es offene Baumärkte. Ist schon eigentlich schon genug Challenge überhaupt. Sie dürfen aber nicht reisen, aber mit gutem, triftigen Grund dürfen sie reisen. Also wahrscheinlich darf man aus Bayern nach Baden-Württemberg reisen, wenn man als triftigen Grund hat, dass man in Baumarkt weiße Farbe kaufen muss, die aber in Baden-Württemberg wahrscheinlich ausverkauft ist. Man darf aber dann nicht beim Tanken in der Tankstelle mit dem angeschlossenen Backshop darf man nicht stehen bleiben. Man darf so was zu essen kaufen, muss aber dann vor, also im Freien, in Einzelgruppen mit einem Abstand von 1,5, äh, 2 Meter stehen, darf wahrscheinlich aber auch nicht stehen bleiben, wahrscheinlich darf man eher laufen. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Also es ist schon kompliziert, wenn man so eine Baumarkttour macht, dass man auf dem Rückweg sich nicht strafbar macht oder verhungert. Weiß ich jetzt genau nicht, wie man das machen muss. Vielleicht habt ihr die Erfahrungen bei uns in Baden-Württemberg in die Baumärkte hoffen, deswegen habe ich jetzt noch mal Glück gehabt. Dann könnten wir uns jetzt noch spaßig drüber unterhalten, wie das mit Mischsortimentlern ist, weil, ihr wollt es wissen, okay, dann lese ich es euch geschwind vor. Wenn Mischsortimente, also in Shops, angeboten werden, dürfen Sortimentsteile, deren Verkauf nicht nach Satz 1 gestattet ist, verkauft werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil überwiegt. Diese Stellen dürfen dann alle Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch verkaufen. Wenn bei einer Stelle der verbotene Teil des Sortiments überwiegt, darf der erlaubte Teil allein weiterverkauft werden, wenn eine räumliche Abtrennung möglich ist. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch noch stundenlang drüber einlesen, falls ihr Mischsortimente verkauft, ob ihr jetzt da was verkaufen dürft oder nicht, ist wichtig. Hoffentlich hat der Virus das Auglesen, weil ihr habt gehört, dass die Viren mit relativ wenig, also gar keine Intelligenz ausgestattet sind. Und ich verstehe es immer nicht so ganz, warum wir so komplizierte Regelungen machen müssen, aber wahrscheinlich wirklich nur um die Leute zu beschäftigen, wenn dem Virus unsere Regeln wahrscheinlich relativ scheißegal sind. Hier ist irgendwo, glaube ich, was falsch verstanden worden. Ich glaube, unseren Politikern müsste man sagen, dass der handelsübliche Virus absolut keine Eigenintelligenz hat, sich nicht an Landesgrenzen hält, sich nicht daran hält, ob er jetzt in einem Sortiment, in erlaubtem Sortiment von Leuten übertragen wird oder nicht, oder ob du mit Verwandtschaften dritten Grades bei zwei Meter Abstand im Park stehst und dein Hund gerade irgendwie die Straßenlaterne stehend angepinkelt oder im Laufen angepinkelt hat, ist dem Virus relativ egal. In der Krise müssen wir alle zusammenstehen und ich glaube, es ist allen klar, das Motto muss heißen, ein Volk, eine Krankheit, ein Gesundheitsminister, ein Söder, ein Kanzler, jetzt ist man es wieder mit mir durchgegangen. Sorry, bis zum nächsten Mal. Servus.